hallo liebe leute ja willkommen auf meinem neuen youtube channel ich bin becky ich freue mich dass ihr hier seid ich habe vor ein blog zu starten und zwar werde ich nämlich im september nach valencia fliegen und dort mein auslandssemester machen wer jetzt aufmerksam war hat gesehen dass ich vor ungefähr einem jahr schon mal so ein ähnliches video hochgeladen hat habe ich wollte nämlich schon letztes jahr nach valencia fliegen und dann kam und wie wahrscheinlich von bei jedem von euch hat corona auch mir ein strich durch die rechnung gemacht ich bin dann nicht nach spanien geflogen ich habe es um ein semester verschoben wollte es dann anstelle des dritten semesters im vierten semester machen quasi jetzt aber auch jetzt ist die lage nicht wirklich besser geworden und die uni hatte bescheid gesagt dass alles online stattfinden wird und deswegen habe ich meinen platz dann noch mal wieder aufgegeben und gesagt nee ich habe jetzt nicht so den druck und ich würde schon ganz gerne alle erfahrungen mitnehmen die man da so machen kann da ich schon ein bisschen auslands erfahrung habe sprich ich war als ausländisch schülerin in den usa und dann auch noch als praktikantin für längere zeit in spanien weiß ich dass immer wieder dieselben leute dieselben fragen stellen und bevor ich alles doppelt und dreifach wieder erzählen muss was ich gerne mache ich freue mich wenn die leute sich dafür interessieren weil auslandserfahrung sind einfach die coolsten erfahrungen die man machen kann und es macht so viel spaß und ja naja auf jeden fall dachte ich ich starte jetzt mal ein blog ja ich habe richtig bock darauf youtube zu starten und wer lust hat sich für das thema interessiert und auch mal mit dem gedanken spielt ins ausland zu gehen der kann gerne hier auf meinem channel bleiben ich freue mich wenn ihr mich abonniert bis bald hi moin moin hi ich bin becky willkommen auf meinem neuen channel ich möchte ganz gerne einen youtube-blog starten und nehme euch mit nach malen